Hallo Leute, gleich zweimal heute ein Video. Bei all der Vorfreude zu diesem Buch und dem, was wir da vorhaben, habe ich eigentlich das zweitwichtigste vergessen. Wir wollen euch natürlich auch einladen, am 10.09., also den Sonntag, nach der Buchvorstellung, sind wir auf dem Bunker Koralle bei Bernau. Die U-Boot-Seekriegsleitstelle hat an dem Tag wieder Tag des offenen Denkmals und ich fahre da auch wieder hin und wer will, kann aufs Gelände mit drauf kommen, kann auch entsprechend was zum Grillen mitbringen, können wir nett grillen, das ist alles kein Problem. Ich bitte aber einfach nur darum, lasst die Autos bitte draußen. Beim letzten Mal ging das ein bisschen schief, da sind einige raufgefahren, das ist leider verboten, also lasst die Autos draußen und kommt drauf, beziehungsweise sucht euch raus, wo die öffentlichen Termine sind, entsprechend, dann holen wir euch auch vorne die Gruppen ab und führen die übers Gelände. Also wir machen Führungen auf der Bunker an Lager Koralle, ich sage nochmal das Datum, am Sonntag, den 10.09. Ich wünsche euch viel Spaß, wir können uns da sehen. Wer dann das Buch gekauft hat und will doch noch eine Unterschrift von mir haben, kann es auch noch dort bekommen, also kriegen wir alles hin. Bis dann, tschüssi.